St aber das ist noch ein bisschen dauernd wenn sich vielleicht wieder bunt nachts sowieso nichts da es ist egal ob ich was sie oder nicht auch ich habe der Taschenlampe dann und dann haben wir das war ja so mit der Port und meinte er muss seine wegwerfen was wollte ich wegwerfen allerdings bei der Taschenlampe das war sehr wichtig die habe ich weggeworfen weil ich keinen Platz mehr in meinen Jeans hatte die Taschen waren nicht groß genug ich werde die Fäden weg oder die Branche nicht oder mich wählen Tom Rob you sind vorfassend sie hat er auch in den Stratschen Duren enthalten das braucht man nicht nicht also ich wüsste jetzt nicht für was Exkursio so darf man einfach hier mal den Strommasten entlang anstelle ich es ist ja noch geworden Prozent Nee, im Westen. Oh, hier ist wieder ein Dorf. Und wieder heute. Oh, Zufall. Das war das Haus, wo ich dich geschockt habe. War das das? Okay. Dann looten wir mal, du musst hinten rein. Ja, das war genau das Haus. Ja. Hier ist wieder die Tür, wo ich fast nicht durchkomme. Da ist nichts drin, kannst du vergessen. Okay. Guck ich in den Schlachtraum. Gleich ein Spieler! Ja. Okay, ich gehe hoch. Ja. Nö, da ist... Oh, warte, kann man da rein? Nee, da kommt man, glaube ich, nicht rein. Nö. Ah, V. Ah. Bist du jetzt langgegangen? Ja, ja, in das Holzhaus noch. Aber da ist auch nichts drin. Okay, dann laufen wir weiter in Richtung Norden, weil der hier sein müsste. Okay, das war gerade ein Anzeigefehler. Spring nicht, spring nicht schneller als du. Oh, nee. Aber wir laufen voll irgendwie am offenen Feld oder so. Nee, ne. Ja, egal, ich glaube nicht, es ist jetzt hier, welche es sind. Ja. Sag das mal nicht so schnell. Dann soll ich mal wieder schreien? Ja. Also, wenn es ein Knall geht, hier wird es mir eigentlich nicht so viel ausmachen, wie wenn wir in der Stadt wären. Warum? Äh, warum, weil in der Stadt die Spielerfrequenz deutlich höher ist als hier draußen. Joby-Joby-Dum. Nee, aber trotzdem nicht mehr. Okay, wir werden sterben. Ja, fang an zu griechen, fang an zu griechen. Nee. Krieg jetzt. Du musst sterben. Oh, da ist ein Spieler. Da fällt da nicht. Ich habe jetzt echt ein bisschen Schiss, dass ein Spieler ist. Ja, siehste. Wir hier können oft, also wenn es schon welche gibt, Sniper sitzen. Ihr gerne mal darunter in das Tal. Ja, aber wann rennt hier schon mal einen noch vorbei? Okay, vielleicht auf dem vollen Sauber. Ja, öfter, als man glaubt. Besonders viele Leute, die sich zuerst in Tscherno unten ausrüsten und dann einfach hier hochlaufen, in Richtung Norden. Ich weiß nicht, wie steht die Sonne gerade. Ich sehe hier nur weiß und grau. Sonne steht schon ziemlich tief. Ich denke, es ist nachts mehr, komm. Bitte haben wir da nicht gewolltes Dunkel. Was? Dann haben wir da nicht gewolltes Dunkel. Ja. Okay, ich habe jetzt leider keine Map mehr hier. Das heißt, wir laufen einfach mal blind durch und werden schon irgendwo rauskommen. Du hast ja gesagt Norden, etwa. Ja, hier ist Norden. Also wir laufen eigentlich straight nach Norden. Immer dann nach. Ja. Hoch, hoch, hoch. Wir sind Teil 2 Pilger, Leins und ich habe wenig, also in, ohne Witz in, in so wegen wie in Welt und so gibt es voll viel wenig Zombies. Ja, das ist auch klar. Weil die Zombies ja quasi Einwohner sind. Von hier und wie viele Einwohner finden Sie im Wald? Ja, über alles auf dich. Aber sonst meine ich jetzt. Hey, Alter, ich kann nicht rennen. Ja. Hey, achso. Okay, geht schon wieder. Oh, schon, guck mal. Morgen ist Weihnachten und hier steht unser Christbaum. Hui, unser Weihnachtsbaum. Hui. Komm, den Schmücken. Schmückt den. Hast du die Kugel wieder nicht mitgenommen? Hast du wieder in Schärr noch liegen lassen, ne? Komm, lauf zurück. Hol jetzt. Okay. Okay. Er lauft im Kreis um den Baum. Ne, du hast dich vergessen, jetzt in die Kurve reinzulegen. Niiiio. Niiiio. Alter, das sieht so gescheuert aus. Warte, lass nochmal hier so machen. Okay, warte, mach mal den Freudentanz. Warte, F2. Und dann mach den hier. Hui. Hui. Oh, das ist gar nicht so einfach. Jetzt mach mal X. Dann legt er sich so hin. Und dann mach ich, 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 ich. Das ist ganz lose. Okay, komm, besser. Komm, jetzt geht er, wie es ist, so herzlich und so nach links. Okay, jetzt geht es mir worksheot. Okay, alles klar. Alles klar. Alles klar. Wir laufen nicht dumm noch drüber. wie weit ist eigentlich entfernt das wird mich gerade ein Trommel was 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 ist es so wie wir den Fett ja da wo wir uns aufrüsten wollen du meinst jetzt dass das nördliche Erfing genau ich schätze mal wenn wir so weiterlaufen wie jetzt das sind wir in in knapp einer dreißig Folge da ne dreiviertelstunde ohne Witz das ist so riesig aber dort das ja nicht unser primäres Ziel sondern einfach die Städte da auf den Weg hin davon ist eine Hütte wo wir uns einfach ein bisschen um sich ja wenn wir Waffen haben die GmbH ich meine die Dörfer in Köln sind einfach alle Witz dann laufen wir runter wieder zu uns zu Czerno oder Elektro ja und gucken uns da ein bisschen nach Nubsen genau du räumen ein bisschen auf ja auch die bereinigen die Welt beklieren sie dass ich sein ich habe auch weil das die Gehäuser hat auch erst in zugefügt war die Siegleiters 4 auch wenn ich nur schwarz-grau sehe ich es sieht da ist aus also Alter so zu haben mit 200 so zu lassen werden dann laufst du mal schneller einen Weg ja aber dann aber ich hätte auch mal die Städte werden dann unspielbar sein ja wenn sie wenigstens die Anlehnfunktionen an die Wand gäbe ja ja machen wir es einfach so wir nehmen dieses Waffenlage da als ins Auge als Ziel aber ich weiß wo wir hin könnten wo hin? Fakt dazu weiß ich jetzt aber nicht genau wo das ist das müsste weiter links sein dann laufen wir ein bisschen weiter links in den Westen zu dem Turm wo wir heute waren ah ja da habe ich meine Axt gefunden genau da könnten wir hingucken das ist der ah wie heißt denn der noch schnell Green Hill irgendwas oder sowas äh ja genau nee aber da ist ein bisschen weiter boah ich weiß nicht genau wo der ist aber ich schätze mal wenn wir uns sehen dann sehen wir Tja kann sein sehr sinnvoller Satz gerade Spieler Henke verliert Verbindungen tut mir leid lieber Henke 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 dich auf Henke dich auf ha 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 ok oh es sind immer noch ein paar Spiele da zwei Connecten wieder ein paar nehmliche Alter gegen die Sonne laufen in Schwarz-Graudesichter nix mehr ok ok wir nehmen wann haben wir aufgenommen um neune angefangen wir später haben was oh jetzt nehmen wir schon seit drei Stunden auf es ist 0 Uhr 00 nice ja es ist Weihnachten es ist Weihnachten alles Jute zu Weihnachten ne erst äh heute Abend aber die auch ja aber 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 ne und so ist aber scheit ja wir haben heute den 24. Dezember ja auf die Minute genau ihr seid gerade live in den 24. Dezember eingestiegen ihr habt miterlebt wie wir die Nacht durchgemacht haben ja weißt du was mir ein bisschen fehlt ich weiß gar nicht ob das überhaupt noch gibt ich bin auf denn die ist denn das ist so ein Hochsitz wie für Jäger oder was das ist ja ist da vorne das nie mit tun oder ist ein Häuschen vorne oh ich glaube ich weiß wo wir sind warte mal könnte das sein nee oder doch müsste es eigentlich sein wenn da vorne rechts dann noch so eine Metall Dings ist Metall Halle dann ist es die eine Masse wo wir wo wir wie wir zuerst in der Session sozusagen ah ja 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 durchgelaufen sind ey ohne witzig gar nichts mehr aus wenn ich ansuchen dann sehe ich vielleicht noch etwas Sonne dann habe ich eigentlich noch eine Brille oder man muss mal gucken dann ändert sich was nee keine Ahnung mir ist schon geil wie du denn so ein bisschen dunkler siehst ja okay ich würde wahrscheinlich gar nichts mehr sehen weil ich ja sowieso schon grau sehe mein Stomach Crumbles okay ich glaube ich werde mir meine Mandarine eben einwerfen ich habe ich bin eigentlich wenn ich so bedenke immer noch voll ich kann reißen ne ne ich habe jetzt eine Mandarine gesnackt und weg ist sie you've eaten some orange alles klar oh gibst du mich gerade oder was willst du da einen harten Lümmel zu äh was wie jetzt check ich jetzt nicht hier auch nicht nochmal erläutern okay dann ist das doch nicht hier fuck wo ist der Turm lass uns hier mal umgucken ja lup 3 mal das Strat was ich eben gefunden habe was 3 mal das Strat was ich eben gefunden habe ah keine Ahnung gar nichts ein Helm noch ein Helm weg damit den Häschen ist es sich kaum an den Helm auf MÖ 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 okay da ist leer ohne Witz bei dir geht's hoch oder? ne der geht's runter Äh, ja Okay, das war wohl eher nichts Wir haben einen Helm Ja, okay Dann laufen wir weiter Wo ist die fucking Antenne? Oder wo sind wir? Müssen wir dann noch ein bisschen weiter nach Westen? Ich glaube, ich guck mal Ich kenne mich, also die Map habe ich vielleicht schon durchgelaufen Aber ich kann es nicht sagen, für mich sieht ja alles gleich aus Ich kann es nicht nochmal wiederholen, aber ich sehe alles grau Ja Da unten ist noch ein Haus Hier ist ein Dorf Ich weiß, wo wir sind Nice Da vorne ist dann wirkt Ich habe da vorne in dem Dorf ist ein Brunnen Im hinteren Teil Brunnen? Ein Brunnen Zum Trinken Glaub ich Müsste sein, ja Ja, sehen wir ja dann gleich, ne Weil durch die Durch dieses Dorf sind wir auch Ich glaube, das sind wieder Zombies, also da müssen wir uns gucken Ja Ja, da müssen wir uns ansonsten weglaufen Ja, das ist die Warte mal, kommen wir nicht gleich direkt rein, sondern kommen wir da außen noch vorbei Okay Laufen wir mal zuerst direkt zum Brunnen Damit wir ein bisschen was trinken können und nicht gleich die Zombies am Sack haben Also wie gesagt, ich habe immer noch kein Durst Okay Ja, aber ich Ja, dann trinkt gut, trinkt ein bisschen mehr Ja Und dann loot mal einfach die Stadt hier, oder das Dorf hier leer Ja Ich glaube, hier gibt es keine Zombies Auf jeden Fall habe ich noch keinen gesehen Du bist nur jetzt langgegangen Einfach hier ein bisschen im Bogen um das Dorf herum Und dann im Hinter Was geil wäre, wenn ich eine Axt finden würde Und dann geht das Lachen So